Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Das ist ein toller Erfolg für uns Grüne. Jetzt möchten wir weitermachen und bis 2030 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen. Denn Sonne und Wind liefern weitaus mehr Energie, als wir in Bayern jemals brauchen. Und deswegen ist es wichtig, am 15. September mit beiden Stimmen die Grünen zu wählen.